Sag den Menschen, es gibt keine Hölle und sie zeigen sie dir höchstpersönlich. Der Teufel, gespielt von Zoe Hokemeier, steckt in dem neuen Musiktheater des Mariengymnasiums Jever buchstäblich im Detail, denn der Teufel und seine Advokaten sind mehr als nur Rahmenfiguren in einem temporeichen und verschachtelten Stück um Liebe, Macht und Eifersucht. Struck Down heißt das erste eigene Stück der Musical AG des Mariengymnasiums, das im fast ausverkauften Theater am Dannheim eine Beifall um Toaste Premiere feierte und das nach einer weiteren Aufführung am Samstagabend nur noch drei weitere Male zu sehen ist. Grundlage für das anspruchsvolle Musiktheater liefert die weltberühmte Mozart-Opera Don Giovanni, natürlich modernisiert, aktualisiert, verfremdet und neu interpretiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017